Kälte, Einsamkeit und ein Funker Hoffnung. Wir haben es geschafft und sind in Sicherheit im größten Tierheim der Welt, der Smeura. Unfassbare 5400 Hunde müssen dort Tag für Tag versorgt werden. Dafür brauchen wir dringend deine Hilfe. Unterstütz uns beispielsweise mit einer Futterpatenschaft. Weitere Infos zu uns, unserer Rettung und der Arbeit der Tierfreunde findest du hier. Bis zum nächsten Mal.